Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, wo ich euch den ersten Battle-Stern in dieser Season zeigen werde. Es ist anders als in anderen Seasonen, es steht nicht Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4, bla bla bla, aber es funktioniert im Endeffekt ungefähr genauso. Also wir haben hier vorne im Herausforderungsmenü die Beast-Team-Herausforderungen. Da steht 5 Tage drauf und wenn wir jetzt draufklicken, dann haben wir hier Missionen, die täglich freigeschaltet werden. Und wichtig ist, um den Battle-Stern freischalten zu können, müsst ihr 3 Missionen haben. Ihr müsst 3 Missionen fertig haben, damit ihr hier zum Ladebildschirm kommt. Ihr müsst diesen Ladebildschirm bekommen haben. Wenn wir jetzt auf diesen Ladebildschirm gehen und da auf Vollbild klicken, dann sehen wir oben Koordinaten, so wie es immer bei den anderen Missionen auch waren. Ihr seht da unten auch schon den Fleck, der immer darauf hindeutet, dass da ein Battle-Stern erscheint. Das heißt, die Mission kommt um 16 Uhr, ich werde es trotzdem früher hochladen. Falls da irgendwas anders laufen sollte, das später kommt, werde ich dann dazu natürlich noch ein extra Video machen. Hier sollte der Stern erscheinen. Laut Koordinate ist es hier. Wenn ihr da nicht auf dem Fleck erscheint, dann einfach mal hier gucken. Hier sollte er auf jeden Fall in dem Umkreis direkt erscheinen. Danke schön fürs Zuschauen. Like, Abo, Kommentar. Haut rein. Tschüss.